Ah, grüße, yo, besser. Restaurant to another world, Episode 7, Mai Mai. Wieder ein neuer Charakter, anscheinend mit einem Schiffbrüchigen am Anfang. Ein Typ, der anscheinend ein hohes Tier in der Seefahrt war, noch Schiffbruch auf einer Insel gestrandet, dort ums Überleben gekämpft und aus irgendeinem Grund dort eine von diesen Türen, die eben in dieses Restaurant führt, gefunden hat. Und dann über 20 Jahre war es? Zum Glück hatte er Geld bei sich. Und ehrlich gesagt, die Story ist wirklich deswegen interessant, dass Leute, die ihn finden, sich wundern, dass er nicht wirklich gerne von dieser Insel weg möchte. Ja, ist ja klar, er war sich ja nicht sicher, ob er jemals irgendwo eine Tür finden wird. Was er natürlich dann hat, ist ja auch kein Problem. Es sind ja anscheinend ne Menge von diesen Türen zu finden in dieser Welt anscheinend. Die scheinen bei weitaus weniger rar zu sein, als am Anfang irgendwie, man hat immer wieder was Neues. Die Dinger scheinen nicht wirklich hundertprozentig stationär zu sein, wie man später in dieser Episode rausfindet. Okay? Und der Typ ist wirklich wahnsinnig vernarrt in Curryreißen, weil das das Erste ist, was er in diesem Restaurant damals noch vom Originalbesitzer, damals dem Großvater des jetzigen Besitzers, bekommen hat. Und wie gesagt, das hat er tausende Male schon gegessen. Und da hat sich doch keinen Grund darin, sich zu ändern. Er könnte nie genug von davon bekommen. Auch noch eine typische Diskussion mit dem weißhaarigen Altrius. Der Typ, der auch das Halbelf-Mädchen zum Beispiel ausbildet und einer von den Top-Marien in seiner Welt ist. Immer noch eine Diskussion. Ja, der eine steht aufgrund, jeder hat sein Gesicht. Und das ist auch eine von diesen typischen Sachen, die in dieser Serie immer wieder auftauchen. Dass die Diskussion, wer was für ein Gericht besser ist. Was macht das für einen Sinn eigentlich? Weil es ist interessant anzuschauen, die Ansichten, was die Figuren endlich vertreten und so weiter. Und vor allem da dann eben besagter Typ dann eben auch noch eingeladen wird, eine neue Curry-Variante mit Huhn und ohne Gemüse und so weiter neu auszuprobieren. Oh, was ist ein neues Curry? Zu mir! Und in dieser Illustration entspannten Atmosphäre zwischen Fressattacke und unhöflichem Benehmen ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen, taucht ein nacktes Mädchen auf. Da ist sie. Und anscheinend von einigen als eine Dunkel-Elfe identifiziert, außer halt eben, wie gesagt, Altrius, der Typ, der so so, oh fuck, 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 oh fuck, 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 fuck my life, fuck, fuck. Machen kann ich nicht, sie können nur zuschauen. Fuck, 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 weil, besagtes Mädchen, wird man in einem kurzen Vorgeschichte, zu einem der stärksten Lebewesen dieser Welt gehört, einer der Drachen, die anscheinend ein großes Übel in der Vergangenheit aufgehalten haben, wozu auch der rote Drache zum Beispiel. Das Interessante ist, dass die für sich selbst anscheinend keinen eigenen Namen haben, sondern sich nur mit ihrer Farbe anreden, was man auch ebenfalls sieht. Wie gesagt, das sieht man erst am Ende der Episode ein bisschen. Es bekommt jetzt auch den Passennamen Kuro, weil sie eben eine Schwarze Drache ist, die mehr oder weniger freiwillig ins Exil ging nach diesem gigantischen Kampf, da ihre Anwesenheit verderben und anscheinend nicht unbedingt so gesundheitsfördernd ist für ihre Umgebung. Und die grundsätzliche Idee ist ja quasi, ich gebe mich auf einen von den Monden, die diese Welt umkreisen, niederläufen, weil wo nichts lebt, da kann nichts sterben. Wer weiß Gott was wie lange. Und anscheinend ist nach einem Meteoranschlag anscheinend auf einmal eine Tür bei ihr in der Nähe aufgetaucht, durch die sie dann eben fleißig geht. Wie gesagt, anscheinend können Drachen zwar ebenfalls Klamotten erschaffen, aber das ist ihr anscheinend nicht ganz klar. Sie ist definitiv nicht unbedingt sehr weltkundig. Und ich glaube, bis auf eben Artverwandte, wie gesagt, der Rote Drache, der immer wieder auftaucht, der wahrscheinlich auch irgendwie der Rattenangelführer der ganzen Geschichte ist in Bezug auf dieses Restaurant, wie gesagt, auf Beefstoo-artige Weise. Und eben eine Magier, scheinen die meisten nicht ganz zu wissen, was sie hier eigentlich vor sich haben, außer dass ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren und großen Ohren und relativ nichts an im Restaurant auftaucht. Aber sie zum Glück, Gott sei Dank, selbst Klamotten herbei materialisieren kann, was zur Erleichterung vieler der Höhe. Naja, man kann ja mit dem Fernseher nicht zu übertreiben. Auf jeden Fall. Im Endeffekt kommt es dabei heraus, dass eben, wie gesagt, schon anfänglich bekannter Rote Drache eben es aufbringt, dass, okay, das hier gehört zu meinem Territorium. Wenn du hier essen willst, musst du auch die Regeln befolgen. Du musst hier Geld zahlen, damit du essen kannst. Und natürlich, irgendwann ist es so, äh, keine Ahnung, wo Geld, was Geld, ich nix Geld habe. Ist ja logisch. Ähm, was dann damit endet. Dass sie mehr oder weniger zwangsverpflichtet wird, als Aushilfe im Restaurant zu arbeiten, was natürlich Aletta nicht unbedingt so ganz positiv auffasst, weil sie mir so, what the fuck, werde ich jetzt gefeuert? Jetzt, wo alles gerade einigermaßen rund geht. Aber wie gesagt, äh, wie gesagt, Kuro jetzt, wie genannt, ist jetzt wahrscheinlich nur extra dafür da, dass sie eben zu essen bekommt. Und sie scheint ein bisschen auf der cooleren Seite zu liegen, also ein bisschen emotionsarm. Wie das auch wem auch immer das funktioniert, ich weiß nicht genau. Aber wir werden sehen, wo das hinführt. Die wird auf jeden Fall relativ interessant werden, weil die Vorschau für die nächste Episode fügt wieder ein paar neue Figuren hinzu. Also, also, das scheint anscheinend ein gängiges Thema zu sein, dass da immer mehr Charaktere reinkommen als montan. Also, ich dachte irgendwie, wir hätten jetzt eigentlich die grundsätzliche Geschichte und die grundsätzlichen Figuren jetzt halt etabliert. Nö, nö, da kommen noch ein paar mehr. Nicht, dass ich mich aufregen würde. Aber so weitgehend, äh, relativ interessant rübergebracht. Weil ich dachte zuerst, okay, wir auch kommentieren in der Episode. Dunkelelf, Halbelf, sowas in der Richtung. Also, dass dann hier gleich die ganz großen Geschütze ausfallen. Okay, warum auch nicht? Haben wir halt eben noch einen Drachen in der ganzen Geschichte. Warum nicht? Aber hey, bin gespannt, wo sie jetzt damit hinwollen. Weil, also, dass das nicht unbedingt so hundertprozentig rundlaufen kann. Oder? Ich hab nichts dagegen. bisschen, bisschen mehr Würze in die ganze Geschichte bringen. Aber auf jeden Fall dann, bis zum nächsten Video. Ich geh jetzt schlafen. Es ist noch nicht so spät, aber ich werd mich wahrscheinlich für eine Stunde mal aufs Ohr hauen. Tut zwar weh, aber mach ein bisschen wach. Ha, ha, ha. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ja, nicht mehr Kaffee hilft's. Hm. liga dobry bumper action. Super. Super.